Liebe Freunde, Joseph ist wieder hier. Ja, es ist wirklich interessant. Ich kriege fast täglich die Anfrage, wie das jetzt mit dem Sponsorn ist und wann ich jetzt verdiene, wann ich jetzt Provisionen verdiene. Noch einmal. Ich habe es noch einmal ausführlich dargelegt und geschrieben. Jetzt erkläre ich es noch einmal. Ohne Sponsorn gibt es kein Geld. Okay? Also, LoveLights hat hier einen der fährsten und wirklich perfekt für den Aufbau ausgerichteten Verdienstplan oder Auszahlungsplan. Wer hier nicht sponsert, wird nie ein Geschäft aufbauen. Ein Kunde, der sich jetzt registriert und Produkte kauft, ist ein Kunde. Hier wird definitiv der Unterschied zwischen Kunde und zwischen einem Businessbilder, also der Business aufbaut. Der Unterschied wird hier tatsächlich herausgearbeitet, weil du, um provisionsberechtigt zu sein, einfach die registriert haben musst, mit mindestens 8 Punkten, und jetzt sponsern kannst. Du kannst vom Start weg wirklich professionell sponsern, also Business aufbauen. Aber, da müssen heute wiederum die Leute, die auch Business aufbauen wollen, 500.000 oder 1.500 Euro investieren, um Businesspartner zu werden. Als Name, als Kunde, kann er einsteigen wie Revue, als, ja, einmal zum Testen und Probieren und so weiter. Und wirklich, wenn er kein Geld hat, muss er halt mit 80 Euro einsteigen, also 80 Punkte, kostet ihm bloß Mehrwertsteuer und Lieferung, halt so irgendwo 115 Euro, sowas. Also, damit kann er schon starten. Wenn er das auch nicht hat, dann soll er bleiben lassen. Dann ist es kein Geschäft für ihn. Ein Geschäft ist immer etwas, wo man investieren muss. Also Zeit, Geld und auch Lernbereitschaft. Also Geld, um einmal Produkte zu kaufen, um diese wieder, egal ob weiter zu verkaufen, weiter zu geben, oder die Information weiter zu testen und vorführen und so weiter, egal wie auch immer, auch wenn du ein professionelles Business aufbauen willst. Wir sind hier im Profi-Team. Dann such dir Leute, die sich auch ein Business aufbauen wollen. Wir sind ein Profi-Team. Wir steigen mit 400, 800 oder 1200 Punkte ein und verlangen auch von unseren Geschäftspartnern dasselbe, dass sie mit 400, 800 oder 1200 Punkte einsteigen. Natürlich, wenn sie es nicht leisten kann, dann soll es bleiben lassen. Dann ist es kein Geschäft für ihn. Denn es ist ja im Nachhinein auch Investition an Zeit, an Geld notwendig. Nur, wenn ich 5.000, 8.000 oder 10.000 Euro verdienen will, innerhalb eines Zeitraums von, weiß ich, 8 Monaten, 10 Monaten, 12 Monaten, dann muss ich was tun. Sonst zahlt ja keiner das Geld. Also braucht man Umsatz. Und um zu diesem Umsatz zu kommen, brauchen wir eben unsere Partner dazu, die die Botschaft weitertragen. Und die Botschaft kann es nur, indem man sagt, da komm, sprühen wir und tun wir und komm auch eine Sprühfahrbegeisterung. Und die, die hier drinnen sind und die sich kennen, sagt, okay, willst du dich jetzt bekennen dazu, die Botschaft weiterzutragen, als Business-Bilder ein Business aufbauen. Okay, dann muss man halt schauen, dass man wieder Leute anbekommt, die auch Umsatz machen. Also die Business-Bilder sind ja diejenigen, die dann zu den Experten gehen. Aber um den, um, dass du jetzt ins Geldverdiener kommst, brauchst du 400 Punkte, links und rechts, um vom Pinie am Plan zu konsumieren. Aber, fürs Sponsoren, kenne ich, wenn du in Sponsoren bist, ob du jetzt 200 Punkte machst oder 400 Punkte, egal. Im Sponsoren hast du ja sofort 20%. Schaut euch das noch einmal an, ich habe ja schon x-mal, zwischen 20 und 58%. Wenn ich jetzt mit 400 netto, ohne Mehrwertsteuer, jemanden sponsere, okay, dann sponsere ich einen zweiten, dann bin ich Partner. Dann habe ich praktisch schon meinen Soll erfüllt, weil da habe ich am linken, also auf einem der Beine, egal, am schwachen Bein 400 Punkte. Und ich habe aber zwei Leute gesponsert. Ohne das geht es mir gar nicht. Du musst aufhören zum Sponsoren, an links, an rechts, so, und dann weiter, denen zu helfen, dass der auch wieder sponsert und du selber sponserst auch. Nur so wird ein Schuh draus. Jetzt habe ich eh zwei Leute gesponsert und jetzt warte ich drauf, was passiert. Kinder, da wird nichts passieren. Du hast deine 20% gekassiert oder gekriegt, aus, passiert gar nichts. Und schaust nicht auf den Pinie-Ein-Plan am Anfang. Der Pinie-Ein-Plan ist das Sahnehackchen in weiterer Folge. Am Anfang beim Geschäftsaufbau, nicht für den Kunden, nicht für den Hobby, der ein bisschen was macht, für den Geschäftspartner, wo wir in Richtung gehen, dass wir eine Work-Life-Balance, wo wir sagen, okay, ich will 5.000, 8.000 oder so etwas in der Größenordnung einmal haben, dass ich davon leben kann, das will ich einmal schnell erreichen. Das ist machbar in 10 oder 12 Monaten oder vielleicht in 12 bis 18 Monaten. Aber ich kann es nur immer wiederholen, du musst in den Sponsormodus gehen. Nicht raunzen, jammern, ja und deshalb finde ich, jetzt hast du die Möglichkeit, dass du einfach hergehst und alle deine Facebook-Freunde einfach einlässt in unseren Bereich, bei Facebook, in die Gruppe. So, sagst du, komm, schau dir das einmal an, dass du siehst, um was es hier geht. Hier geht es um gesund, fesch und fit bleiben bis ins Allalter und immer genügend Geld haben, dass wir uns unser Leben finanzieren können. Was dann weiter passiert, ist okay, ist alles super. Ich rede nichts von den Millionen und was da, aber nein, gesund bleiben, fesch bleiben, fit bleiben, das ist unser Konzept. Und so viel Geld haben, dass wir unser Leben finanzieren können, dass du nicht mehr an die Arbeit fahren musst. Dass du sagen kannst, jetzt pfeife drauf, ich verdiene mit dem das Doppelte, als was ich sonst in der Arbeit verdienen würde. Selbst wenn es am Anfang brutto ist, dann ist es halt zwei, drei, vier Monate später netto. Wenn ich heute 6.000 brutto habe, dann ist es in drei Monaten, wenn du ein bisschen noch weitermagst, automatisiert, weil ja die oben die nächsten auch wieder tun und unten tun sie auch weiter. Also es entsteht, der Plan ist sensationell. Aber nur dann, wenn du die erste Hürde geschafft hast. 8.000 oder 10.000 links und rechts, bumm und schon, bist du im Geldverdienen. 9.000, nur mit den Sponsoraktivitäten. Die warten drauf, dass der Biennere Plan links und rechts wächst. Ja, wo sind die denn der Tierstock aufgeregt? Das kann ja nicht passieren. Du musst ja links und rechts Leute haben, die von dir kommen. Sonst kriegst du ja nie deine eigenen Punkte zusammen. Es geht ja nicht. Selbst wenn es auf einer Seite, wenn es da zum Galoppieren anfängt, was ja sicher passieren will, dass du da schon, was ich, 10.000, 15.000 Punkte hast oder 20.000 Punkte, wenn es das auf der anderen Seite nicht hast, dann klingelt es nicht. Am schwachen Bein mit jenseits der 400 Punkte, dann wird abgerechnet. Nicht im Strukturplan. Strukturplan ist ja was anderes. Hast drei Leute gesponsert, hast, weiß ich, mit insgesamt 1.500 Punkte, egal ob links oder rechts, du musst auch links und rechts einmal haben, dass du überhaupt nicht ruhig einigst. Dass du dann auch von den Nächsten, von den Nächsten auch die Differenz dann kassierst. Dann geht es um die Positionen. Aber es ist die Sensation, dass wir hier keine Positionen nachziehen müssen. Das habe ich geschrieben, auf den, wirst du in ein stabiles Einkommen und relativ rasch ins Geldverdiener kommst, durch die Sponsoraktivitäten. Schaut, leset euch durch. Ich kann es nur immer wiederholen. Wir machen ja ein Long-Distance-Business. Ihr müsst euch die Videos anschauen und dann nachlesen. Was hat er gesagt? Aha, ich brauche einen Member links, einen Member rechts, also den ich einmal eingeschaut, der seine 80 Punkte hat und ich habe insgesamt links und rechts aus der Gruppe dann 400. Bingo, bin ich Partner. Das ist das Erste, was du erreichen musst. Das Nächste ist dann Start-Up. Und das Nächste ist dann, schau, dass du in den Leader-Bereich, da brauchst du zwei Partner und auf irgendeiner anderen Seite dann ein Member. Also, es ist eh so einfach. Aber auch vorher kann man es ja nimmer mehr machen, als wie es da ist. Und wenn du nicht ausgehst, meld dich. Wir können auf Skype, wir können immer kommunizieren. Rieh dich, meld dich, ruf auf, oder komm auf Skype, ich erkläre dir das noch einmal, bis du es verstehst. Oder sonst schau dir halt das Video zehnmal an, dann hast du das auch verstanden. Und schau dir, wir haben ja noch Videos von verschiedenen Leuten im Internet drinnen, von der Susanne, von Dennis und so weiter, wo der Marketingplan eh schon zum tausendsten Mal erklärt wird. Also, der ist eh watschen einfach. Er ist sensationell. Weil für diejenigen, die hier wirklich für eine gewisse Zeit in den Sponsor sind, Sponsor, Sponsor, Sponsor sind, für die ist es rasch möglich, viel Geld zu verdienen. Und für die, die jammeln, die kennen ja niemanden, okay, die müssen bleiben, weil die werden nie ihr Geld verdienen. Und die brauchen keine Nuranzen und so weiter. Aber wenn ihr das eines jetzt, das haben wir ja, ihr habt tausende von Leuten, die im Facebook, im Messenger oder wo auch immer, noch einmal, der hat 800, da und da hat 1000, da und da hat 5000 oder 3000. Das sind die, die lade dich ein, sag du Karl, ich lade dich ein, schau dir das an, ich sag, da kannst du verstehen, was um was geht, wie können wir hier keine machen? Lade deine Leute ein, schau, dass du VIP-Partner wirst, dann kannst du einen Bericht, okay, und den nächsten einschreiben, weil der hat 5000, der hat 3000, der hat 2000. So, wenn du hier eines machst, die Leute hier einladen, 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 und, dass die mit unserer Vision, mit unserer Botschaft in Berührung kommen, wie wir gesund, fisch und fit ins hohe Alter kommen, oder gesund, fisch und fit bleiben und immer genug Geld haben, oder vielleicht auch viel Geld haben, das ist ja auch jeder sei Sache dann. Aber ihr müsst es tun. Nicht am Handy habt ihr dann, oder im Facebook, oder im Messenger oder wo auch immer, hat etwa 1000 oder 2000 Adressen drinnen, und werden hin und her geschupft, und, ja, hast du, und was hast du, was hast du für Schuchat, das ist alles ein Blödsinn. Schaut, dass damit wirklich die Kontakte macht, das kostet keinen Cent. Und du brauchst keine Zeit, weil du brauchst nicht anrufen, jetzt fix der ist schon wieder nicht da, muss ich noch einmal anrufen, den schreibst, und du kannst daneben immer ganz einfach, wo steht Nachricht hin, einfach anklicken, schicken, in Messenger, da kannst du ihn auch anrufen, anklicken, ist er nicht da, okay, ich weiß nicht, dass du ihn auch anrufen hast. Das ist die moderne Kommunikation. Keine tausende Kilometer vor und mit ihm auch, sondern dieses Werkzeug verwenden. Ich kann es euch nur immer wieder sagen. Und einige kapieren es, die galoppieren, und einige jammern mir, wie mache ich das und wie ist das mit? Es ist nicht so kompliziert. Aber ich könnte es mir ruhig noch hundertmal anrufen. Ich erkläre es euch noch einmal, dann mache ich wieder ein Video, erkläre es wieder. Es ist eben dein Geschäft, es ist nicht mein Geschäft, ich habe 50 Jahre, 54 Jahre lang Geschäft nur gemacht. Jetzt bist du dran. Das ist dein Geschäft, oder das ist euer Geschäft. Die Chance, das du da hast, ich habe es ehe geschrieben, ist so groß, weil du hier keine Positionen nachziehen musst. Glaube mir, was wir mitgemacht haben mit den Restvolumen, und was ich, 70.000, 80.000 Schilling, Restvolumen, oder 4.000 Euro dann, oder 5.000 Euro, da Restvolumen, um Gottes Willen, am letzten noch 2.000, 3.000 Punkte zukaufen. Wahnsinn, das gibt es da alles nicht. Da machst du deine 160 Punkte, fertig, zaube aus. Und derjenige, der seine 400 links, rechts hat, ist Partner. Bingo. Und hast 4 Partner, dann kannst du mit 4 Partnern, kannst du schon Deppert verdienen. Weil dann geht es nur darum, dass man denen hilft, dass die wieder Partner machen, und die wieder Partner machen, und die auch wieder Partner machen. Und damit auch das Volumen zusammenbringen. Und das Volumen wird immer, immer, immer mehr. Auf einmal schaust du, da habe ich 2.000.000 Punkte drin, da kann ich nur mehr auf die andere Seite gehen. Gehen wir da, 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 weiter, weiter, weiter. Also du kannst ja ab einem gewissen Zeitpunkt, nur mehr für eine Linie konzentrieren, und nicht mehr 2. Aber du musst mit 2 auffangen. Dass du einmal ins Rennen kommst, und dann siehst du, welches rennt besser, welches rennt schneller. Und dann fange ich auf der einen Seite 70.000 Punkte habe, und auf der anderen habe ich nur 10.000, dann muss ich halt dort weiterarbeiten, mit den Leuten, die dort sind, wo 10.000 sind. Und 10.000 in der Woche, ist ungefähr 13.000 bis 1.500, dann, und das mal 4, dann kannst du schon Leben davon. Was tut sich immer so lange, und ich muss nur überlegen, es ist alles angerichtet, es ist alles fertig. Und immer wieder quälen sie mich und sagen, ja, und wie ist es wann, und wie ist es da, und bin ich da sicher? Und ein sicheres Geschäft gibt es nirgends. Aber das ist eins der sichersten, und vor allem kannst du hier ab einem gewissen Zeitpunkt den Stoppe auserziehen, oder den Stecker auserziehen, und sag so, jetzt lebe ich. Ich fahre nicht tausende Kilometer, sage, jetzt habe ich in der Woche zweieinhalb Tausender, es reicht mir, und wenn ich die Brutto habe, es reicht mir, und ich schaue, Systeme halt, und kann man hier machen. Das kannst du in einem anderen nicht machen. Weil doch will man aus dir einen sogenannten Netwerkssklaven machen. Gehen wir, und noch mehr, und nächste Stufe, und noch, ja, was wird die nächste Stufe sein, der Häcklerei. Das kannst du hier vergessen. Brauchen wir nicht. Die Händler machen die Umsätze, wenn sie das richtig aufpasst haben, und die betreust, und die verdienen auch ihr Geld. Okay? Also, ruf mich an, schreib mich an, ich kann das nicht mehr wieder sagen, ich bin jederzeit bereit, das noch zum hundertsten Mal zu erklären, bis jeder verstanden hat. Es ist sensationell, was hier machbar ist, und daher hängt es euch an, und schaut, dass die erste Zeit durchbricht. Nachher kannst du dich ausladen, und dann sag, oh, jetzt liege ich unter dem Kirchenbaum, oder unter dem Birnbaum, und sag, super ist es, oder ich gehe in den Berg wandern, und in der Zeit kriegst du Geld, verdienst du Geld, weil die Strukturen, die weiter, 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 das ist ein sensationeller Plan. Aber, du musst einen behirnen und sagen, wow, das ist, das ist überhaupt der Hammer. Also, ich kenne keinen Besseren zur Zeit. Aber, die erste Zeit muss durchstehen, und muss in den Sponsormodus gehen. Alles, was du hast, anrufen, komm, Community aufbauen, Businessbilder suchen, und dann, Botschafter suchen, die dann die Botschaft raustragen, mit Vorträgen, und, 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 Also, alles Liebe, nicht verzagen, Joseph Fragen, alles Liebe, ciao.